Hallo, lang nichts voneinander gehört. Ich glaube, die Sauna ist mir nicht bekommen. Ich hatte Hörnchen schnupfen. Und jetzt mal sehen, wo es hingeht. Ich bin heute blinder Passagier. Bis gleich. Tschüss. So eine schöne Gurke hier. Das war nicht so einfach, leicht zu halten. Sieht ja spannender aus. Bücherei. Hallo. Das ist ja toll hier. So viele Bücher. Schaut mal. Ich werde mich mal umschauen, ob ich was finde. Für Hörnchen. Ein Hörnchenbuch. Bis gleich. Schaut mal. Ganz viele Tierbücher entdeckt habe ich. Guckt mal. Kuh, Braunbär, Ameise, Hund, Delfin. Ob ein Hörnchen dabei ist. Ich suche mal weiter. Bis gleich. Tatsächlich. Ich habe es gefunden. Ein Hörnchenbuch. Schaut mal. Wunderbar. Und ihn als Babyhörnchen sogar. Und ihn als Babyhörnchen sogar. Ja. Ich muss mal in Ruhe lesen. Bis dann. Tschüss.